Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Da ist es, das neue Samsung Galaxy Z Fold 5, das neue Flagship-Foldable-Smartphone von Samsung. Da oben liegt noch das Vierer. Mit dem vergleichen wir das Fünfer mal ganz kurz und versuchen zu ergründen, warum Samsung den Preis um 100 Euro erhöht hatte. Wir packen das Fold 5 jetzt zusammen aus, gucken es uns einmal an, gucken, was ist alles dabei. Ich hatte es ja schon in Händen und erzähle einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Und eine Sache, die mir beim Climb, beim Flip 5 noch gar nicht so aufgefallen ist. Auch hier wieder, dünne Verpackung bedeutet kein Netzteil in der Box. Aber diesmal schreibt Samsung es direkt drauf, mit diesem Symbol kein Netzteil in der Box. Und wenn du dir eins kaufen willst, dann guck mal, dass es 10 bis 25 Watt hat. 25 Watt ist das, was Samsung Fast Charging nennt. Ja, radloses Laden geht auch mit 10 Watt und Reverse Wireless Charging ist auch noch mit dabei. Der Akku ist mit 4400 mAh gleich geblieben. Ja, so, dann holen wir es, machen wir es mal auf. Auf der Vorderseite sieht man diese IC Blue Farbe, die Signature Farbe von dem Gerät, die einem dann auch direkt entgegenspringt, wenn man hier die Kameras sieht. Denn wir haben wieder die 50 Megapixel Hauptkamera, dann eine Weitwinkel- und eine Zoom-Kamera. Das sind die gleichen Sensoren wie auch letztes Jahr beim 4er. Sollen aber trotzdem bessere Fotos machen, weil wir ja natürlich jetzt den neuen Flagship Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 haben. Der hat auch einen neuen ISP, also der Bildverarbeitungsprozessor. Und die Software wurde, naja, ihr könnt es euch denken. Es soll schneller sein, es soll bessere Fotos machen, alles soll tollerer sein. Aber das gucken wir jetzt gleich erstmal ran. So, unter dieser schwarzen Folie verbirgt sich das Gerät. Machen wir auch mal fix einmal auf. Und, 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 und jetzt, da ist es. Vorderseite bin ich unspektakulär, Rückseite relativ auch. Der Formfaktor ist gleich geblieben, äußeres Display, inneres Display. Wobei, ich glaube, da im äußeren Display sind jetzt auch 1 bis 120 Hertz. Wir haben den glänzenden Rahmen, aber zum Glück ist die Farbe matt geblieben. Wir schalten es auch direkt mal ein, damit wir was erkennen können. Uh, im aufgeklappten Zustand fährt der natürlich, uh, innen und außen hoch. Ich glaube, darüber habe ich mich letztes Jahr auch schon mal gefreut. Da weiß man gar nicht, wo man einrichten soll. Aber eine Sache fehlt, denn die Bodenbox ist jetzt leer. Wo ist denn jetzt hier irgendwie Zubehör noch? Was da dabei ist? Im Deckel versteckt. Wenn der beim Öffnen nicht rausgeploppt ist, einmal reingreifen und dann irgendwo an der Lasche ziehen wahrscheinlich. Klappe aufmachen, ah da, Klappe aufmachen und dann einfach rausziehen. Und dann bekommt ihr ein USB-C auf USB-C Kabel, ein SIM-Karten-Tool und eine Quickstart-Anleitung und das Kleingedruckte. Wobei man sagen muss, Quickstart, naja. Ähm, beim Fold 5 ist es so, ihr könnt zwei physische Nano-SIM-Karten reinpacken oder eine Nano-SIM-Karte und E-SIM machen. Das geht auch. Ähm, drei Karten gehen nicht und eine Speichererweiterung haben wir auch nicht. Erfreulich, dass Fold fängt auch dieses Jahr wieder erst mit 256 GB Speicherplatz an. Kostet dann 1900, doppelter Speicher, 256 GB Version. Die 1 TB Version gibt es mal wieder nur bei Samsung, weil Samsung die schönsten, besten, tollsten sind. So, es ist einmal hochgefahren. Uh, wir sehen ja auch schon direkt was. Schön, schön, schön. Da möchte ich sagen, ihr seht auch nach wie vor die Falte. Ne, aber Samsung hat die Beschichtung geändert und gerade beim Fünfer, beim Fold im Vergleich zum Flip, hat man das Gefühl, es ist das Display härter geworden. Ne, fühlt sich auch härter an. Man merkt immer noch, nicht mit dem Fingernagel drauf drücken, nein, 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 nein. Uh, die Warnungen sind auch verschwunden, die wir sonst immer hatten. Ähm, ne, äh, aber, ähm, das soll dazu führen, dass es sich besser anfühlt und auch, ähm, länger durchhält. Gerade bei den Foldables gab es ja hier und da dann doch Probleme bei, ne, intensiven Nutzern. Ne, ja, muss man ja auch sagen. Aber Samsung sagt diesmal, haha, wir haben dazugelernt, damit hält das Display länger. Hoffentlich. Gucken wir es mal an. Es fühlt sich auf jeden Fall schon mal härter an. Auch, wie gesagt, trotzdem vorsichtig mit Fingernägeln und dieses Plastikfeeling ist ein bisschen da und die Spalte seht ihr auch. Wenn ihr sie sehen wollt, dann seht ihr sie genauso wie die Frontkamera, wo es ja irgendwie hieß, die Pixeldichte über dem Ding wurde besser, dass man, dass die 4 Megapixel Frontkamera, die eh keiner nutzen sollte, weniger sieht. Da muss ich aber sagen, ich merke da nicht wirklich einen Unterschied, jetzt beim dritten Mal, vierten Mal drauf gucken. Und man sieht sie ja immer noch. Trotzdem, keiner sollte die Kamera nutzen, weil er ja einfach die, ne, entweder dann nutze ich die Frontkamera, wenn ich Display und Kamera nutzen möchte, also zwingend so nutzen möchte oder mein Favorit nach wie vor, ich klappe es einfach auf und das ist es ja und nutze dann die Hauptkamera. Auch für TikToks, Reels, wie auch immer, was man da alles macht. Das ist der Vorteil bei diesen Klappdingern. Klappt sie auf und nutzt die guten Hauptkameras. So, das dazu. Jetzt kommt aber der Punkt, den ich beim Flip erst viel später bemerkt habe. Die Folien am Rahmen sind weg. Wie cool. Danke Samsung, endlich. Erzählt mir nie wieder was von irgendwelchen Produktionsprozessen, wo zwingend Folie ist. Gut, wer weiß, vielleicht haben sie da auch einen Haufen Kinder, die das mit kleinen Fingernägeln abknabbeln, nachdem die Maschinen die Dinger zusammengepresst haben. Ich weiß es nicht, aber geht doch. Geht doch. Wo war eigentlich dieses Jahr die Ankündigung, wie viele Schildkröten ihr gerettet habt vor Plastik im Meer? Gab es nicht, aber endlich keine Folien mehr drauf, wo ich hier nicht über Stunden knibbeln muss. Spoiler, die Tablets, die S9er haben überall Folien wieder drauf. Aber mühsam ernährt sich das Einschörenchen. Jedes Jahr ist eine Produktkategorie bei Samsung folienfrei. Also, habe ich vergessen beim Flip mich drüber zu freuen. Deswegen jetzt doppelte Freude beim Fold, dass die Folien weg sind. Jetzt wisst ihr alles, was dabei ist. Kann ich noch was zum ersten Eindruck erzählen? Ja, und zwar, deswegen liegt das Vierer hier. Wie ist das jetzt mit dem zusammengeklappten Mechanismus? Wir hatten ja vorher, wobei ich soll es besser mal so rumdrehen, vorher beim Vierer und all den Dingern davor hatten wir bei der Hinge, also dem Faltmechanismus, eine U-Form. Das führte dazu, dass es da schmaler ist als da. Der eine oder andere schreibt MacBook Air, also genau so. Ja, hat Samsung lange gebraucht, um es so zu bauen. Das haben wir nämlich die Tropfenform. Ganz minimal ist es noch offen. Das liegt aber daran, dass wir nach wie vor diese Plastiknippelchen haben, damit nicht Display auf Display knallt, wenn man es zu knappt. Und das macht man ja auch und tausendmal am Tag oder wie oft. Das hält der Rahmen besser. Aber das sieht natürlich deutlich schicker aus. Wenn ich es hier anpacke, dann merke ich auch einen Unterschied. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, gerade wenn ich wieder jetzt ein paar Minuten wieder beide in der Hand gehabt habe oder auch in den letzten Tagen, das ist nicht der Game Changer. Das ist eine optische Sache. Ja, dass die Dinger oder dass das Fünfer 10 Gramm Pi mal Daumen leichter geworden ist als das Vierer. Aber das merkt man mehr. Wenn ich beide in die Hand nehme, ich sitze hier, der ein oder andere sagt, Faultier, stell dich nicht an, das kannst du nicht. Wir haben es auch blind verkostet sozusagen. Man merkt es. Man merkt wirklich, welches das Fünfer ist und was das Vierer ist. Das fühlt sich besser an. Ist es jetzt, muss man auch sagen, das sind hier kleine Trippelschritte. Denn auf den ersten Blick, klar, die Software wird besser. Aber die neue Software kriegen die anderen alten Foldables auch. So, jetzt haben wir hier eine neue Prozessor-Generation. Statt dem 8 Plus Gen 1 aus dem letzten Jahr haben wir jetzt den 8 Gen 2. Aber das ist normale Smartphone-Entwicklung. Das haben wir immer. Dann haben wir hellere Displays, beziehungsweise, ich glaube, das Innendisplay ist hauptsächlich das hellere dann geworden. Ja, schön, wenn es denn so ist. Testen wir natürlich noch. Und jetzt haben wir dieses andere Design und dass es leichter geworden ist. Und dafür 100 Euro mehr. Sorry, Samsung, da fehlt mir ernsthaft der Gegenwert. Na klar, kann das alles teurer werden. Aber ihr hattet damals auch gesagt, wir starten gerade beim Foldable-Preissegment. Da waren wir beim zweiten. Dann gehen wir immer mal runter, immer runter. Denn das Teuerste an den Dingern ist die Dinger, das Foldable zu bauen. Das ist das, was hier den Preis treibt. Und dass wir jetzt in der fünften Generation ja eigentlich, auch wenn es ja eigentlich die vierte Marktreife ist, wieder teurer werden, finde ich bedenklich und schade die Entwicklung. Weil ja eigentlich was anderes vorhergesagt wurde. Jetzt weiß ich, Samsung-Ingenieure schreien und sagen, ja, aber wir haben so designt, dass trotz dieser geilen Konstruktion ist es nach wie vor IPX8 zertifiziert und wasserdicht. Ist ja schön. Und ich verstehe auch total, dass man auf Features, wenn man sie einmal hatte, sie nicht mehr abgeben will. Das ist ja im Wagen Plus auch um die Ohren geflogen damals mal bei einer Reihe. Ja, aber irgendwie nein. Also das sehe ich dieses Jahr nicht. Also das ist wieder das Minimalste gemacht, was ging von da auf da. Das ist so schade. Und wenn man sich das flippt mal anguckt, ja, das äußere Display ist jetzt ein größeres Display und besser nutzbar. Und freue ich mich, da sieht man wenigstens einen kleinen Fortschritt. Dass hier das Ding nicht mehr schließt und ein bisschen leichter geworden ist und das Display ein bisschen heller wurde. Und ansonsten machen wir Software-Tuning und haben einen Prozessor. Das ist sehr schade. Und dann auch den Preis zu erhöhen. Das ist so. Ihr hört es an der Begeisterung. Das ist dieses Jahr für mich. Natürlich werde ich es auch testen. Aber meine Erwartungen, gut, ich hatte auch damals hohe Erwartungen ans Fold 4 und sie wurden total enttäuscht. Und beim Fold 5 hatte ich keine. Und ganz ehrlich, eigentlich wurden die auch enttäuscht. Vor allem, wenn man sich die geilen Smartphones der Konkurrenz anguckt. Ich habe vor zwei Monaten das Huawei Mate X3 getestet. Klar, preislich keine Frage und mit den Software-Einschränkungen auch totaler Murks. Aber das war damals schon das geilste Foldable am Markt. Besser als ein Pixel Fold, besser als ein 4er, besser als ein 5er wahrscheinlich. Wenn man sich das anguckt, dünner, leichter, mit einem größeren Akku. Und jetzt hat Honor in China ein Magic V2 vorgestellt, wo du ein Foldable hast, was auch dünner, leichter ist. Und ein 5000 mAh Akku hat. Gut, da verzichtet man auf die Wasserdichtigkeit. Aber ich meine, ich bleibe dabei. Samsung hat sich dieses Jahr besonders bei den Folds sehr ausgeruht. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zogucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.